Endlich ist es soweit. Wir freuen uns, dir unser neues Format vorstellen zu dürfen, ZB Med Lab. Folge uns durch eine Reihe spannender Themen rund um ZB Med, die Lebenswissenschaften, Programmieren und vieles mehr. Ich bin Rabea und ich arbeite als Data Librarian bei ZB Med. Ich bin Elke und ich bin die Marketingleiterin von ZB Med. Hallo, mein Name ist Konrad. Ich leite den Programmbereich Data Science & Services bei ZB Med. Du suchst nach Open Source Software oder nach Tipps und Tricks für deine wissenschaftliche Präsentation? Du möchtest deine Daten einfach visualisieren? Dann bist du hier genau richtig. Praktischer Content, kompakt zusammengefasst und einfach erklärt. Abonniere jetzt unseren Kanal, um nichts von unserer Weise zu verpassen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ach so, soll nur noch ich den letzten Satz sagen. Statt mir machen wir das alles nochmal.